Ich friere. Ich friere. Ich friere! Das ist ebenso. Wenn ich denke, dass es Länder gibt, wo die Menschen halb ausgezogen rumlaufen. Früher war es hier auch wärmer. Das sagen Sie alle. Aber ich glaube nicht daran. Ich habe mein ganzes Leben lang nur gefroren. Meine erste Erinnerung ist, dass ich mit vielen anderen Kindern in einem großen Saal liege und dass meine Füße und meine Hände vor Kälte erstarrt sind. Irgendetwas haben Sie doch auch erlebt. Ja, ja. Jeder hat sowas erlebt. Wir frieren von der Geburt bis zum Tod. Das ist ebenso. Wenn wenigstens die Heizung funktionieren würde. Es muss doch ein System geben, diese Räume hier zu heizen. Und wenn wir schon wegen der Heizung dieses Büro teilen müssen, dann sollte es auch geheizt sein. Da ist wieder was eingestürzt. Kann sein. Durch die Kälte entstehen Spannungen. Gibt es keine Arbeit? Nein. Sie können gehen, wenn Sie wollen. Wohin denn? In eins meiner Häuser vielleicht. Ich weiß nicht mal mehr, wie viel ich besitze. Ach, ich könnte Ihnen ein zwölfstöckiges Gebäude in der Einstein-Anlage anbieten. Die ganze Straßenseite ist noch bewohnt. Nein, Frau Althus. In der Einstein-Anlage kaufe ich nichts mehr. Wenn eine Straßenseite aufgegeben ist... Aufgegeben! Also wie Sie nur reden! Nun, nein. Ich meine aus dem Register gestrichen. Wenn die eine Straßenseite aus dem Register gestrichen ist, dann folgt auch bald die andere. Das scheint mir ein Naturgesetz zu sein. In der Steinstraße hatte ich zwei Häuser, die einander gegenüber lagen. Und es gab sogar eine Verbindungsbrücke. Das eine Gebäude ist seit langem getilgt. Aber das andere besitze ich immer noch. Das ist eine Ausnahme. Sie wollen also nicht kaufen? Nein, Frau Althus. Ich glaube... Ich werde überhaupt keine Häuser mehr kaufen. Überhaupt keine Häuser mehr kaufen? Was wollen Sie denn sonst tun? Wenn man in den Süden ginge... Früher... Ich kenne jemand im Amt für Heisegenehmigung. So reich sind Sie nicht, Bärach, dass Sie den bestechen könnten. Wenn ich all meine Häuser verkaufe in den drei Jahrzehnten, ist einiges zusammengekommen. Später kamen wir dann in die Schule. Da war auch so ein riesiger Schlafsack. Mit dunklen Flecken an der Decke. Die Fenster waren zugemauert worden, bis auf ein paar kleine Lupen, durch die man die Schwärze der Nacht sehen konnte. Und manchmal ein Stern. Damals habe ich begriffen, was es bedeutet, wenn man vom kalten Licht redet. Wenn ich in der dunklen Fensterluke einen Stern stehen sah, dann fröstelte er mich immer. Es war, als würde es unter meinen Decken noch kälter werden. Hier, fassen Sie mal meine Hand an. Eiskalt! Ich brauche Sie nicht zu berühren, um das festzustellen. Hier, mein Gott! Eiskalt! Es ist unhygienisch! Doch, richtig! Entschuldigen Sie! Wir starren Sie doch nicht immer durch die Luke raus. Das macht einen ja verrückt! Soll ich die vier Wände anstarren? Das ist immer noch besser als die Luke. Was verstehen Sie davon? Sie sind hier aufgewachsen. Ich komme aus dem Süden. Von jenseits der Tundra. Hm, jenseits der Tundra, wie das klingt. Irgendwie warm. Man stellt sich Licht vor, das wärmt. Das gibt es. Das gibt es dort. Klingt, als würde es näher kommen. Nein, nein. Es muss eine Enttäuschung sein. Es ändert sich nicht. Hallo! Da ist jemand im Treppenhaus. Ja, ja. Sie wird irgendwann eine Dienststelle suchen. Hallo! Gibt es denn hier niemanden? Wie die schreit. Vielleicht hat sie etwas Wichtiges. Schon möglich. Einmal, in einer besonders kalten Nacht, da bin ich zu einem anderen Kind ins Bett geschleppt. Die anderen schliefen alle. Es sah so aus. Aber ein Mädchen war wach. Sie ist zur Psychologin gelaufen und ich wurde bestraft. Und das war doch kein großes Vergehen, oder? Bitte? Ich finde, das war doch kein großes Vergehen, oder? Was? Ich hab nicht genau zugehört. Da war wieder dieses Geräusch in der Luft. Immer wenn es schneit. Mein Gott! Da sind sie ja. Ich bin völlig durchgefroren, bis ich sie gefunden hatte. Bitte? Ich bin Carla Cavallero. Ja. Carla Cavallero! Ich hab doch einen offiziellen Auftrag. Das müssen Sie doch wissen. Ich bin gerade angekommen. Ah, Sie sind gerade angekommen. Aus der Tundra? Sehe ich aus, als ob ich aus der Tundra käme? Eigentlich nicht. Von jenseits der Tundra? Ja. Ja. Es ist ein LKW gefahren. Der hier irgendetwas holen will. Der hat mich mitgenommen. Hier, passen Sie mir meine Hand an. Eiskalt. Na wirklich. Dabei ist es doch gar nicht so kalt hier drin. Gut, was haben Sie für schöne warme Hände. Darf ich Sie noch ein bisschen festhalten? Das ist unhygienisch. Sie wissen, dass wir hier in der Siedlung auf äußerste Sauberkeit achten müssen. Jeder körperliche Kontakt ist eine Gefahr. Erzählen Sie ein bisschen vom Süden. Wie war Ihr Name? Carla Cavallero. Ihre Identitätsgarte. So habe ich mir echte braune Haut vorgestellt. Irgendwie warm. Eine Wärme, die von innen kommt. Sie wissen, dass Sie in den Grenzgebieten eine Aufenthaltsgenehmigung haben müssen. So? Ich habe gedacht, die Behörde hat alles für mich erledigt. Ich werde Ihr Dossier abrufen. Mein Gott. So kalt habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Wissen Sie, da unten bei uns hat man andere Sorgen, als an die Grenzen zu denken? Man hat uns vergessen. Oh, was? Nein, nein, nein. Sie sehen, dass ich hier bin. Es funktioniert nicht. Es kommen nur verstümmelte Angaben. Ja, wozu brauchen Sie denn mein Dossier? Ich kann Ihnen alles über mich erzählen. Ich bin in Nordafrika geboren. In der deutschen Zone. Ich habe einen Auftrag, über die Arbeit der Klimastation zu berichten. Eine Journalistin also? Nein. Das ist ein wissenschaftliches Vorhaben. Sie werden sich wundern. Warum? Das ist doch völlig normal. Hören Sie es? Es ist nicht zu hören, Berach. Es ist ganz deutlich zu hören, Frau Altus. Ganz deutlich. Hören Sie? Ja. Da sind so Geräusche. Das ist etwas anderes. Berach hört den Schnee fallen. Sie wollen es nicht hören. Sie weiß, dass es mich verfolgt. Und tut, als hörte sie nichts. Gehen Sie, Frau Cavaliero. Wir können nichts für Sie tun. Gehen Sie. Und es ist, als seien Sie überhaupt nicht hier gewesen. Das ist das Beste, was Ihnen passieren kann. Kein administrativer Akt. Kein Ärger. Mein Gott, was war das? Das Ganze hauszittert. Es hat irgendetwas mit dem Klima zu tun. Und schauen Sie doch die Menschen an, wenn Sie mit Ihnen reden. Starren Sie nicht immer durch die Luke raus. Aber das macht doch gar nichts. Ich hätte gedacht, es wäre besser, ich würde zuerst hierher kommen, zur Verwaltung. Wenn Sie mir jetzt vielleicht den Weg zur Klimastation zeigen könnten. Weiß nicht, wo die hausen. Wenn Sie überhaupt noch hier sind. Wieso sollen Sie nicht mehr hier sein? Glauben Sie, man würde mich von jenseits der Tundra hierher schicken? Hier ist alles anders. Sie sollten sich zuerst Unterkunft besorgen. Mieten können Sie ja gar nichts. Und ob es noch Hotels gibt, seit der Polarstern aus den Listen gestrichen ist? Sie kaufen am besten. Kaufen? Ja, das ist hier so üblich. Schauen Sie mal hier. Das könnte ich Ihnen anwenden. Aber das ist ja ein Buchhaus. Bitte. Sie sollten etwas Kleineres nehmen. Das sei zum Beispiel absolut eissicher. Also das gehört Ihnen ja überhaupt nicht, Berach. Die eissicheren Gebäude gehören der Administration. Hier. Dann will ich mal zur Klimastation. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen. Gehen Sie doch nicht. Sie haben sie vertrieben mit Ihrem Schwindel. Nein, sie wäre sowieso gegangen. Vielleicht. Wissen Sie eigentlich, warum ich hier bin? Hallo? Sie? Nein. 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 Es muss hier doch Menschen geben. Bei einem Schneesturm. Hey! Was wollen Sie? Na endlich. Ich habe schon gedacht, ich bin ganz allein auf der Welt. Was suchen Sie denn hier? Man versteht ja sein eigenes Wort kaum. Kommen Sie, da in die Ecke. Also wenn ich das geahnt hätte. Wenn Sie was geahnt hätten. Dass ich hier ans Ende der Welt komme. Ja, das Ende der Welt ist gut. Hauen Sie so schnell wie möglich wieder ab. Das Ende der Welt lässt nicht mit sich spaßen. Ich suche die Klimastation. Klimastation? Mhm. Gibt es hier eine Klimastation? Nie gehört davon. Ein Dr. Feininger. Einen Feininger kenne ich. Aber dass der in der Klimastation arbeiten soll? Der Leiter der Klimastation. Von mir aus auch der Leiter. Ich habe ihn neulich vor der Herderanlage gesehen. Herderanlage? Ja, kommen Sie mit, wenn Sie schon hier sind. Ich gehe da vorbei. Klimastation. Meinen Sie, hier gibt es eine Klimastation? Wir haben genug mit dem Klima selbst zu tun. Warum können Sie nicht ein bisschen langsamer gehen? Glauben Sie, ich habe Lust wegen Ihnen zu erfrieren. Los! Ich bin kein Fremdenführer. Mein Gott, was ist das? Sie haben wieder ein Gebäude dran glauben müssen. Sprengt? Sprengt, wie sogar. Ja, Häuser, die fallen doch nicht einfach von selbst zusammen. Nein, allerdings nicht. Kommen Sie, wir machen einen kleinen Umweg. Na ja, gehen Sie wenigstens nicht ganz so schnell. Wenn Sie anfangen zu bummeln, dann erfrieren Sie hier eines Tages. Das ist der Anfang des Rehomyr-Syndroms. Wie? Des Rehomyr-Syndroms. Wir nennen das so. Die Eiskrankheit. Nie was von gehört, oder? Nein, ich komme aus dem Süden. Das merkt man. Hier entlang. Der Sturm lässt ja ein bisschen nach. Dann sehen Sie ihn wenigstens auch. Da wen? Da. Mein Gott, was ist das? Der Gletscher. Der Gletscher? Auch nie was von gehört. Doch, doch. Aber das ist ja ungeheuerlich. Sehen Sie jetzt, dass hier niemand Häuser zu sprengen braucht? Die frisst der Gletscher ganz von selbst. Wie? Die Landschaft in einem Albtraum. Kann ich unterscheiden, was Eis ist und was Beton? Aber am Ende ist immer nur noch das Eis da. Das frisst den Beton. Na los, weiter. Na ja. Wir werden den Gletscher noch oft genug sehen. Wir müssen hier wieder zurück. Die Herdeanlage ist dort drüben. Vielleicht finden Sie da Ihren Dr. Feininger. Hier in diesem Trümmerhaufen? Warum denn nicht? Ich lebe ja auch hier. Die ganze Gegend wimmelt von Menschen. Nur davon hört man da unten bei euch nichts. Nein, vor der Eisgrenze wird nie was berichtet. Da habe ich ihn reingehen sehen, wie ich ihn neulich getroffen habe. Meinen Sie? Das ist doch eine Ruine. Die unteren Stockwerke werden in Ordnung sein und die Keller. Und wenn ich Dr. Feininger da nicht finde? Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie eine Rückreisegenehmigung haben. Ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Das hat mancher getan. So, Sie schulden mir noch was für die Begleitung. Ich habe eine halbe Stunde verloren. Hier, reicht das? Anfangen kann ich mit dem Geld hier sowieso nichts. Ich gehe mal voran. Ich habe so einen siebten Sinn für Gefahr. Und hier soll eine Klimastation sein? Warten Sie nur ab, Sie wird im Keller sein. Und wenn das Haus jetzt zusammenbricht? Ja, was? Ja, ich meine... Ja, wer sucht denn nach uns? Wer sucht dann nach uns? Die Goldgräber vielleicht. Ja, er scheint da zu sein. Ja, er scheint da zu sein. Sie, du schick. Tag, Feininger. Scheiß Schneesturm, was? Man sieht überhaupt nichts. Und Strom gibt es in der ganzen Straße nicht mehr. Hier ist eine Frau, die Sie sucht. Mich? So weit kommt es noch. Guten Tag. Mein Name ist Carla Cavaliero. Ich nehme an, Sie haben die Papiere bekommen, Dr. Feininger. Welche Papiere? Die Mitteilung, dass das Sekretariat für Wetter und Energie mich Ihrer Arbeitsgruppe zuteilt. Ich wusste gar nicht, Feininger, dass Sie was mit dem Klima zu tun haben. Ich habe immer gedacht, Sie gehören auch zu den Goldgräbern. Das ist meine Sache. Dr. Feininger, ich habe Ihre Unterschrift auf den Papieren gesehen. Sie haben bestätigt, dass ich meine Untersuchungen Ihrer Arbeitsgruppe durchführen kann. Und wenn Sie die Unterschrift gesehen haben, ich brauche sie hier nicht. Schauen Sie sich doch in diesem Loch um. Und dann sagen Sie mir, was ich mit Ihnen anfangen soll. Interessant, was Sie da machen. Ach, das ist der Erdruck. Da können Sie praktisch von Stunde zu Stunde ablesen, wie sich der Gletscher heranschiebt. Und jetzt sagen Sie noch, Sie können den Einsturztermin vorher bestimmen. Dann sind Sie ein gemachter Mann. Wo weit bin ich leider noch nicht. Ich habe nämlich ein paar Häuser an der dritten nordwestlichen. Wenn man da so ein Gerät installieren könnte... Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich verkaufen soll. Ach, sehen Sie. Wir haben nichts gemerkt. Aber der Apparat hat eine Bewegung registriert. Dr. Feininger, ich bin nicht ein paar hundert Kilometer nach Norden gereist an die Eisgrenze, damit man mich hier einfach stehen lässt. Ich brauche Sie nicht. Was die Bürokratie in der Zentrale macht, ist mir egal. Beste wird sein, Sie nehmen Urlaub und hauen ab von Ihnen. Ich habe meinen Auftrag, hier zu arbeiten. Ich kann nicht einfach wieder nach Süden zurück. Ich lasse mich nicht von Ihnen behandeln wie ein Aktenvorgang. Ich habe mich dem Sekretariat für Wetter und Energie verpflichtet und stehe dazu. Na? Sie sind Angestellter des Sekretariats und Sie haben seine Anordnungen zu befolgen. Ich tue, was ich will und lasse mir von niemandem reinreden. Die lächerlichen Sanktionen, mit denen das Sekretariat drohen kann. Bitte. Bitte. Guten Tag, ich habe zu tun. Dr. Feininger, ich will Ihnen einen Vorschlag zur Güte machen. Akzeptieren Sie mich in Ihrer Arbeitsgruppe. Ich werde Ihnen so weit wie nur irgend möglich aus dem Weg gehen. Schon im eigenen Interesse. Ich bin kein Blitzableiter für Ihre berufliche Frustration. Sagen Sie mal, verstehen Sie nicht? Ich will hier niemanden. Ja, aber wenn Sie da was unterschrieben haben... Ich unterschreibe alles, was mir geschickt wird. Haben Sie noch nicht gemerkt, dass das die beste Methode ist, sich die Bürokratie vom Hals zu halten? Mein Gott, Sie können sich den ganzen Tag hier in dieser Kälte mit dem Dunkel aushalten. Daran gewöhnt man sich. An den Wänden sitzt Eis. Dass Sie die Geräte überhaupt bedienen können. Das ist auch Gewohnheitssache. Du, Jack, 14 Tage gebe ich dem Haus hier noch. Ja, na dann aber nichts wie verkaufen. Das hat noch ein paar Tage Zeit. So ein Risiko muss man in Kauf nehmen. Dass Sie sich in diese Gefahr begeben? Gefahr ist überall. Lassen Sie sich mit der Dame auf keine Diskussion ein. Die versucht uns doch nur weich zu reden. Mich geht das Ganze ja nichts an. Mich auch nicht. Dr. Feininger, nehmen Sie doch Vernunft an. Unser Problem muss sich doch irgendwie lösen lassen. Wir haben kein gemeinsames Problem. Ja, also ich gehe dann. Nehmen Sie diese Frau mit. Sie haben sie hergebracht. Sie werden noch von mir hören, Dr. Feininger. Bitte. Bitte sehr. So ein widerlicher Mensch. Auch nicht widerlicher als alle anderen. Ach, einen so zu behandeln. Was werden Sie jetzt unternehmen? Ich das wüsste. Auf sowas war ich natürlich nicht vorbereitet. Packen Sie Ihre Sachen und reisen Sie wieder ab. Wo haben Sie übrigens Ihr Zeug? Am Eingang der Siedlung, als ich angekommen bin mit einem LKW, da war da so eine Art Werkstätte und Bar. Da habe ich die Koffer gelassen. Ich sollte mir vielleicht jetzt erstmal eine Unterkunft suchen. Sie fahren nicht zurück? Ich denke gar nicht dran. Ich habe meinen Forschungsauftrag und den werde ich auch ausführen. Der Dr. Feininger, der wird sich daran gewöhnen müssen. Sagen Sie, gibt's hier Hotels? Hotels? Hier? Eins wenigstens. Oder Leute, die ein Zimmer vermieten oder sowas. Sehen die Straßen so aus, als gibt's hier Hotels? Da steht alles seit 100 oder 200 Jahren leer. Kaufen Sie sich ein paar Häuser, richten Sie sich ein. Dann bringen Sie mich bitte zu der Bar am Anfang der Siedlung, an der Route nach Süden. Da gibt's wenigstens ein paar Menschen. Wenn Sie Menschen brauchen, dann hätten Sie sich dreimal überlegen sollen, bevor Sie hierher gekommen sind. Können Sie sich denn ahnen, wie es hier wirklich aussieht? Okay, okay. Ich bring Sie hin. Geld haben Sie ja noch bei sich. Hier lang. Wir müssen über die Straße. Ich werde mit dem Sekretariat telefonieren. Wir haben kein Telefon mehr. Wir haben versäumt, die Funkstation weiter nach Süden zu verlegen. Das ist ja entsetzlich. Das ist ja ein Albtraum. Das ist es auch. Frau. Es kommt mir vor, als wenn der Sturm immer heftiger wird. Es kommt Ihnen nur so vor. Wo wollen Sie denn hin? Das ist eine Abkürzung. Es gibt so Schneisen quer durch die Häuserblocks. Da haben Sie Löcher in die Trennwände geschlagen. Da sind wir am Trockenen. Was machen Sie eigentlich hier? Wenn Sie diese Neugier doch ablegen könnten. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war ein ganz ehrliches Interesse. Das gibt es nicht. Niemand ist ehrlich. Niemand ist uneigennützig. Niemand ist... Was? Sieht schön hier aus, ja? Ich habe hier mal an so kleine Hütten oder Bunker gedacht. Wenn von der Eisgrenze die Rede war. Iglos und Nissenhütten und gut isoliert und warm und so. Aber das hier war eine Trümmerlandschaft im Eis. Seit ein paar Jahren hat das Eis alles geschluckt. Dann gibt es hier nur noch den Gletscher. Für die nächsten 30 oder 40.000 Jahre. Wenn das... Wenn man sich das alles so... Was ist denn? Los! Schnell! 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 Hilfe! Hilfe! Kommen Sie! Schnell bevor der Rest zusammenbricht. Ich... Ich bin festgeklemmt. Versuchen Sie sich frei zu machen. Wenn ich nur die Arme frei hätte, helfen Sie mir doch. Ja, damit der Rest der Decke auf uns beide fällt. Das Risiko ist zu groß. Um Sie frei zu kommen. Hilfe! 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 Wer soll Sie hier denn hören? Sie... Sie können mich doch nicht hier erfrieren lassen. Ich will mein Leben nicht für Sie in Gefahr bringen. Heben Sie nur hier diesen Balken etwas an. Damit der Rest drunter kommt. Nee, nee. Sie Unmensch! Mensch oder Unmensch. Ich habe hier schon manchen dabei drauf gehen sehen. Und ich wäre auch schon fast einmal drauf gegangen. Meinen Sie, da hätte mir einer geholfen? Die anderen Digger sind weiter gerannt. Seelen ruhig, oder wie man das nennt. Ich erfriere duschlich. Sie müssen mir helfen. Sie sehen doch, dass die Decke hält. Nichts rührt sich mehr. Da ist so ein Knacken. Es ist das Eis, du Jack. Holen Sie mich heraus. Ich schaff's nicht. Alleine. Wissen Sie, eigentlich habe ich Angst vor Ihnen. Angst vor mir. Ich liege hier eingeklemmt unter den Trümmern und Sie haben Angst vor mir. Ja, Sie sind verdächtig. Sie sind mir von Anfang an verdächtig vorgekommen. Es ist doch grotesk, was Sie da sagen. Die Geschichte mit der Klimastation. Wer glaubt Ihnen die denn? Sagen Sie mir, was vom Alles in der Welt sollen daran verdächtig sein? Aber erst holen Sie mich doch mal hier raus. Sie sind hierher gekommen, um zu spionieren. Feininger hat das sofort begriffen und Sie weggeschickt. Mich hat erst Ihre blöde Neugier auf die Spur gebracht. Das ist doch... Das ist doch der reine Wahnwitz, was Sie da erzählen. Gehen Sie und holen Sie jemanden anderen. Einen, der nicht so feige ist wie Sie. Dr. Feininger oder irgendjemand. Es stört mich überhaupt nicht, wenn Sie mich für feig halten. Sie wissen doch genau, dass wir hier die Stadt ausplündern. Ich und Feininger und alle, die hier leben. Ich schwöre Ihnen, ich habe nichts davon gewusst. Ich interessiere mich für meine klimatologischen Arbeiten. Wer soll Ihnen das denn glauben? Dr. Feininger ist ein anerkannter Klimatologe. Seine Kritik der Eiszeittheorien hat Furore gemacht. Sie... Sie sind verrückt! Sie sind wahnsinnig Duschex! Ist das Ihr Reomyr-Syndrom? Ich bin völlig normal! Und darum kann ich auch über die Situation lachen. Sonst würde ich weinen. Einen Anerkennter Spitzel liegt unter den Trümmern einer Hausruine und erzählt, dass die Kritik der Eiszeittheorien von einem Dr. Feininger Furore gemacht hat. Bei wem denn? Bei euch da unten, ja? Jenseits der Tundra vielleicht. Aber hier kann man nur drüber lachen. Okay, 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 Duschex! Gehen Sie, ich habe begriffen! Schicken Sie mir Hilfe oder meinetwegen lassen Sie es bleiben! Na, du gehst Sie doch schon! Sie sollen in Ihrem Leben hängen! Ich kann auch allein sterben! Da hat der Gletscher wieder einen Schritt vorwärts getan! Ja, danke für Ihre Kommentare! Tut mir auch richtig leid, das Ganze! Aber das Risiko für mich und die anderen ist wirklich zu groß! Wenn ich wirklich ein Spitzel wäre, dann wird ihn ein paar Wochen nach mir gesucht und dann würde man schnell auf Sie stoßen! Ah, wieso auf mich? Feininger erinnert sich an nichts, den kenne ich! Ja, weil Sie mit ihm unter einer Decke stecken! Ja, und wenn schon? Ach, nun gehen Sie schon, Feigling! Tut mir auch richtig leid! Es geht schnell! Hey! Du, Jack! Fassen Sie mal in meine Brusttasche! Wenn Sie wissen wollen, warum ich hier bin! In Ihre Brusttasche? Was soll ich da finden? Das hat Sie doch so sehr interessiert, was ich hier mache! Lesen Sie mal in den Papieren, die ich in der Tasche habe! Was für Papiere? Sie! Sie müssen sich schon selbst bemühen! Nee, nee! Auf den Trick fall ich nicht rein! Dann eben nicht, du Jack, Feigling! Los! Wo sind die Papiere? Da! Rechts! Nein, 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 die andere Seite! Schnell! Versuchen Sie es! Ein zweites Mal komme ich nicht zurück! Los! Es geht! Oh, meine Schulter! Schnell! Ich bin frei! Los! Weg! Raus! Was war mit Ab? Danke! Danke, Du Schling! Ich verdanke Ihnen mein Leben! Scheiße! Jetzt aber eher mit den Papieren! Bitte! Hängen wir nicht irgendwo hin in der Hose! ein bisschen weniger gefährlich und ein bisschen warme ist von mir aus bitte sehr etwas warmes bitte was wollen sie alle einen heißen tee und alkohol das will ich auch jetzt wollen wir uns mal an die papiere machen stehen sie wirklich drauf ich hoffe nicht sie wollen jetzt anfangen zu diskutieren das war nur so eine frage hätte ja sein können dass ihre neugierige stillt ist bitte jetzt bin ich sogar um das sogenannte vergnügen gekommen die papiere aus ihrer brusttasche zu holen tut mir sehr leid so cavallero carla carla cavallero klingt ganz komisch so gut wie du jack allemal einen vornamen haben sie wohl nicht vornamen haben wir abgeschafft sekretariat für wetter und energie blutgruppe et cetera ist alles nicht besonders interessant so bin er sehr kalt draußen nicht wahr ja ja das übliche sind sie nicht heute morgen mit dem lkw gekommen ja die sachen stehen noch draußen in der werkstatt richtig meinen sie es wird noch kälter das kann man nie wissen das sekretariat für menschenkontakt was haben sie denn mit denen zu tun lesen sie nur weiter carla cavallero personalnummer arbeitet im auftrag des sekretariats für menschenkontakt liest in ihrer tätigkeit von allen dienststellen und so weiter und untersteht nicht den bestimmungen das war es also carla cavallero ja das war's nichts mit spionage und spitzelei aber klar ist mir die sache eigentlich noch nicht nein wenn sie vom sekretariat für sicherheit kämen dann wäre mir alles klar hier in der siedlung hat jeder dreck am stecken und von zeit zu zeit wird eben ein bisschen gesäubert da kannst ruhig auch mal den feininger treffen sowieso ein krummer hund aber das sekretariat menschenkontakt was haben die mit dem feininger zu tun oder was haben sie mit dem feininger zu tun dr feininger ist ein spezialist den die gesellschaft braucht aber wie alle spezialisten ist der kontaktarm vereinsam sind wir alle das sekretariat menschenkontakt hat für solche fälle personal das dann eingreifen müssen schon deutlicher werden ich bin nicht besonders fantasievoll nun ja mein auftrag ist es dem dr feininger ein bisschen menschliche wärme zu geben mit psychologischem verständnis auf ihn einzugehen da wird das sekretariat für wetter und energie angerufen wir schaffen einen forschungsauftrag für eine neue mitarbeiterin und dann verläuft im allgemeinen alles planmäßig die gesellschaft erhält sich die leistungsfähigkeit ihrer besten leute ich glaube ich brauche noch ein bisschen alkohol normalen 40 prozentigen zweimal so ist das du der feininger ausgerechnet der ich habe ein paar monate zeit gehabt mich in die klimakunde ein bisschen einzuarbeiten doch der feininger ist glaube ich wirklich eine kapazität und dann hockt er hier in der siedlung an der eisgrenze er wollte wohl vor ort arbeiten den habe ich immer für einen spinner gehalten das geht oft hand in hand bitteschön hier noch einmal zwei 40 prozentige sagen sie gibt es heute noch oder morgen eine fahrgelegenheit nach süden haben sie die reise genehmigung ja habe ich wieder zurück ich werde mich erkundigen ob er platzfrei ist können wir sagen dass ich hier noch soll ich hätte schon eine möglichkeit gefunden an doch der feininger heranzukommen aber ich nehme an sie werden ihm schnell beibringen wer ich bin daran hatte ich nicht mal gedacht welchen nutzen sollte ich mir davon versprechen wir kultivieren hier zwar allerlei untugenden egoismus und gier und berechnung aber untugenden die nichts einbringen das wären luxus tratsch schadenfreude und neid was weiß ich alles luxus wenn ich mich auf sie verlassen können ich würde schon gern hier haben so ein auftrag den man nicht erfüllt hat das passt mir nicht und außerdem kommt so etwas in die personalakte da sind sie ihren job schnell los verlass mich also auf sie sie sind ganz schön naiv naiv bei meinem beruf wenn sie sich auf mich verlassen wollen dann müssen sie mir schon anreiz geben ein anreiz ich muss interesse daran haben dass sie bei feininger arbeiten und dass er von ihrer wirklichen aufgabe nichts erfährt reden sie nur weiter zum beispiel nehmen wir mal an feininger hat irgendwelches material sagen wir metall aluminium nach süden zu transportieren und nehmen wir weiter an er macht das auf ihren namen weil sie die reisegenehmigung haben und so nehmen wir weiter an man würde zu feiningers sendung noch ein paar tausend kilo von sagen wir meine seite dazu laden dann nützen dann wären unser aller interessen irgendwie logisch miteinander verquickt wir brauchen uns nicht aufeinander zu verlassen denn das ist zu riskant ich habe gleich noch einmal zwei mitgebracht ich habe die leeren gläser gesehen so ein abschied muss man begießen ja ja ich kann ihnen einen platz besorgen in einem schwertransport nein ich glaube ich bleibe doch noch eine weile recht so gnädige frau wer hier in der siedlung einmal blut gelegt hat der kommt nicht mehr davon los auf gute zusammenarbeit karen java gleich weißt du jack ich werde mit feininger reden überzeugen sie ihn dass ich kein spitze bin ich werde mich inzwischen nach einer wohnung umsehen ein paar nächte können sie sicher hier schlafen die aktenschränke werden wir niemals allein transportieren können frau altos da müssen wir irgendwelche leute anfordern die durchbrüche in den wänden müssen sowieso wieder verschlossen werden da zieht das bisschen wärme hinaus frau altos wärme als ob es hier noch wärme gäbe ich habe den eindruck dass die herz anlage seit tagen nicht mehr funktioniert wir könnten die wichtigsten akten hier hier übertragen irgendeinen von den leeren schränken da benutzen ich komme mir vor wie auf der flucht wäre da kommt eine mitteilung über den schreiber funktioniert also wieder unsere einzige verbindung zur welt ich habe meinen mann kennengelernt ich weiß keine worte um das zu beschreiben oder vielleicht gibt es gar keine worte dafür war irgendwie wie wenn er aus dem gleichen stoff gemacht wäre wie ich verstehen sie das peter nein ich meine zwischen den menschlichen körpern gibt es doch die unverträglichkeitsreaktionen natürlich und es war als wenn es diese reaktion zwischen uns nicht gäbe ein eigen zwilling das ist gut es gab nichts was uns voneinander abgestoßen hätte so etwas ist schon möglich das war sein gefühl dann haben sie zusammen geschlafen ich meine freiwillig nein da war plötzlich so eine kälte zwischen uns ich meine nicht dass wir die kälte fühlten aber es war so als ob eine kälte die man nicht fühlen kann uns gelähmt hätte verstehen sie das wäre ich weiß nicht ich glaube nicht wir müssen darauf drängen dass die mauerdurchbrüche sobald wie möglich wieder verschlossen werden später haben wir uns dann noch ein paar mal gesehen aber da war es nicht mehr wie vorher da war es eine ganz andere normale beziehung wie alle anderen ein kontaktsekretariat gefördert und überwacht und beendet das schreibt unsere zentrale es war so ein stämmiger dunkelhaariger irgendwann war er nicht mehr da sie wollen die ganze siedlung aus dem register streichen die zentrale schreibt dass die ganze siedlung aus dem register gestrichen werden soll jedenfalls gäbe es pläne dafür müssten sie uns über die tundra bringen nach süden sie geben keine gründe an und die mitteilung ist vertraulich dass wir das schon heißen wir mussten unsere räume zwei häuser weiter nach süden verlegen das ursprüngliche gebäude steht in einer gefährdeten zone zerbrechen sie so durch die mauer das ist das einfachste die aufgegebenen gebäude werden dann sowieso aus dem register gestrichen als sie neulich hier waren carla cavallero da ging so eine wärme von ihnen aus da war ich auch gerade angekommen jetzt habe ich die ersten erfahrungen in der siedlung hinter mir wir dürfen nicht vergessen hinweisschilder anzubringen dass unsere stelle jetzt hier ist ihre hände waren ganz warm als sie die handschuhe ausgezogen hatten und jetzt behalten sie die handschuhe an wie wir alle ich möchte eine wohnung kaufen dazu brauchen sie eine aufenthaltsgenehmigung wenn sie hier noch keinen grundbesitz haben hier ist meine aufenthaltsgenehmigung ich habe alle papiere früher gab es hier wohngemeinschaften aber das hat sich nicht bewährt administrativ es war zu kompliziert es gab verwicklung mit den kosten und dem allen jetzt ist es einfacher wir haben pro gebäude einheit nur einen namen ich weiß nicht was sie mir vorschlagen viele vorschläge können wir ihnen nicht machen aber sie sind doch zuständig theoretisch schon aber wir werden selten in anspruch genommen die wirklichen immobiliengeschäfte werden an der börse gemacht das ist so eine art treffpunkt in den kellern der früheren staatsbank das ist jetzt privat oder wie man das nennen soll und dort hängt ein plan alle fensterlücken zeigen nach süden wenn das kein gutes oben ist in der einstein anlage das wäre hier sie müssten über den ring hier ist eine untergrundbahn eingezeichnet ja wieso fällt ihnen das auf ich meine nur weil ich hier von einer untergrundbahn nichts gemerkt habe sie sind noch nicht lange hier da wo diese untergrundbahn verkehren soll da ist doch längst der gletscher 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 das eis das eis natürlich liegen wir in einem ungünstigen klima es gibt schneestürme es gibt vereisungen aber aber es gibt auch wieder die sonne die straßen auf ihren plan die gibt es doch alle überhaupt nicht mehr natürlich gibt es diese straßen sie liegen unter dem eis unter dem gletscher es wird viel geredet ja lieber gott wo leben sie denn wissen sie nicht dass die eiszeit zurückgekommen ist es ist aus 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 mit der wärme mit der sonne und mit den wiesen und mit den bächen und mit den menschen und mit den tieren ist es aus berachen starren sie doch nicht immer durch diese luke raus in den sturm antworten sie doch sagen sie dass es keine eiszeit gibt dass wir eine schlechte periode durchmachen also wie komme ich zu dieser börse in der staatsbank gehen sie über den ring und dann halten sie sich südwärts sie werden da sicher leute treffen die sie fragen können das ist eine belebte gegend gibt es diesen ring überhaupt noch und diese staatsbank sind sie nicht längst unter dem eis begraben ich habe gesagt ehemalige staatsbank lassen sie mich ausreden ich habe gesagt ehemalige staatsbank weil sie privatisiert ist schon gut ich werde mich auf den weg machen sie hätten vor zehn oder 20 jahren in die siedlung kommen sollen dann der ausflöcke in die tundra gemacht wir haben schneehühne gejagt und polarsachsen gott in ein paar jahren wird ihre siedlung ganz unter dem eis verschwunden sein reden sie nur gehen sie carla cavallero wir können nichts für sie tun sie machen mich traurig nimmst du schick nimmst geil verdammt kalt draußen hier in der börse ist es auch nicht wärmer muss wenig sagen die haben noch ein keller voll akten gefunden und bis sie die verheizt haben ich bin da so eine sache auf der spur ha ha ich auch ne ne du jack etwas mit hand und fuß ich habe mir die schutthalde noch mal angesehen die jenseits von den amundsen ruinen das haben schon dutzende gemacht und rumgekratzt und rausgeholt was rauszuholen war ich habe aber doch etwas entdeckt wenn sie das sagen geil was denn so auf die nase binden will ich ihnen das nicht und dann schlachten sie ihre goldgrube mal schön aus für einen ist das zu viel du jack wir müssten zwei oder drei sein verstehe ich müsste ihnen eine sicherheit geben sagen wir ich verschreibe ihnen einen anteil an ein paar häusern okay ich kenne sie zwar aber sicher ist sicher sicher ist sicher na also wir haben noch alle gedacht die schutthalde gingen wir bis zur scottstraße ja sie geht aber weiter ich habe in dem gelände jenseits der straße gegraben da standen also wohnbaratten es ist nur ganz wenig boden aufgeschüttet und drunter liegt meine goldmine alle achtung geil und sie sind sie ganz sicher ja ich habe an drei stellen versucht nach einem halben meter frostboden war ich jedes mal im schutt wenn da so viel drinsteckt wie in der alten halde dann sind wir gemachte männer wir müssten mindestens drei sein noch besser vier zum bewachen und so ich habe ein halloch gedacht oder ischrig ja oder feininger da kommt er gerade aber sagen sie ihm noch nichts ja ich will erst mit havoch reden mit feininger habe ich noch nie zusammengearbeitet ich gehe dann ja ja Guten Abend, Feininger Guten Abend, Duschek Was hat ihn der Geil wieder andrehen wollen? Hat er wieder eine Schatzhöhle entdeckt? Wieder Alibaba? Na, vielleicht ist was dran an dem, was er erzählt Man muss mal abwarten Und Sie? Warum sind das hier? Echt ein Whisky Hier, trinken Sie Hab ganz gute Geschäfte gemacht in der letzten Zeit Ach, das ist was anderes als der ewige 40% hier Ich hab neulich diese Kavaliere noch mal getroffen Da, nehmen Sie noch einen Schluck Ein bisschen mit ihr geredet, ihr so auf den Zahn gefühlt Ach, lassen Sie mich mit den Weibern entfrieden Sie hockt ziemlich unschlüssig rum und weiß nicht, wie sie weiterkommen soll Ich kann sie nicht brauchen, wirklich, lassen wir das Thema Ich weiß, dass das ein Risiko ist, in Ihrer Situation Sie würde natürlich bald merken Sagen Sie es nun, oder geben Sie mir besser mal einen Schluck Sie würde natürlich bald merken, sagen wir, dass Sie nur zur Hälfte Klimatologe sind Eben Aber ich habe der Dame ein Geschäft vorgeschlagen Ja? Ja Sie hat nicht lange überlegt und Ja gesagt Und wenn das so ist Sie dürfen bei anderen auch nicht mehr gesetzestreues Verhalten erwarten, als bei Ihnen oder bei mir Die Moral ist überall zum Teufel Ja, du schick Die Moral ist überall zum Teufel Ach, das tut gut Alles hier aufspülen Dankeschön Sie meinen also, diese Frau Sie heißt Carla Cavaliero Sie meinen, diese Frau könnte uns nützlich sein Allerdings, sie kann so oft, wie sie will, in den Süden hinunter Da kann sie uns einiges mit dem Transporter erleichtern Ihnen vor allem natürlich, wenn sie mit ihr zusammenarbeiten Ja, diese Frau ist schon eine Überlegung wert Und meine wissenschaftlichen Arbeiten brauchen auch mal wieder einen Anstoß Aber Ich bin misstrauisch Wenn die doch hierher gekommen ist, um zu spionieren Vor allen Dingen ja, das ist doch alles ein offenes Geheimnis Es gibt offiziell keine Eiszeit Also gibt es auch keine Eisgrenze, die sich nach Süden bewegt Also gibt es keine Ansiedlungen, die aufgegeben werden Und auch keine Goldgräber, die den Zivilisationsschutz zum letzten Mal durchwühlen Sie haben recht, du Schick Und wenn die Cavaliero auf sie angesetzt wäre Was es da zu entdecken gibt, das entdeckt sie auch, ohne mit ihnen direkt zusammenzuarbeiten Wer hier in der Siedlung sehen will, der sieht auch Bitte Darf ich? Bitte, bitte, bitte Dazu steht die Flasche ja da Selten, dass man so einen guten bekommt Also Wenn ich die Cavalierin nochmal sehe Ich werde dir so eine Andeutung machen, dass sie noch einmal bei ihnen auftauchen soll Aber sagen Sie um Gottes Willen nicht, was wir hier überredet haben Sowas muss von selbst kommen Da Da ist sie schon Die hat sich schnell eingelebt hier Wenn sie schon hier in der Siedlung ist, dann ist sie auch bald in der Börse Welche andere Möglichkeiten, Leute zu treffen, gibt es ja nicht Guten Abend, Duschig Guten Abend Guten Abend, Dr. Feininger Guten Abend Hier können Sie mich wenigstens nicht rausjagen, Dr. Feininger Hier sind wir auf neutralem Boden Ja, kommen Sie, setzen Sie sich doch zu uns Danke Sie halten mich vermutlich jetzt für so eine Art Menschenfresser Menschenfresser waren noch nicht einmal die Schlimmsten Die hatten zwar sehr ungewöhnliche und eigenwillige Kontakte mit ihren Nächsten, aber immerhin sie hatten Kontakte Ja, unsere administrativen Auseinandersetzungen müssen ja nicht abfärben auf unsere Ja, was man die menschlichen Beziehungen nennen könnte Bitte schön Whisky? Das sind so die kleinen Freuden des Lebens Ach, wir haben es weit gebracht Einen Schluck Alkohol und wir rechnen das zu den Freuden des Lebens Mensch, da drüben redet der Gall auf Havloch ein und auf Ifrich Das darf ich nicht versäumen, da nimmt wieder einer das Maul voller als der andere Äh, hier, vergessen Sie Ihre Flasche nicht, Duschig Ach, behalten Sie sie da, ich habe gute Geschäfte gemacht in der letzten Zeit Außerdem ist sie schon halb leer Einen Abend Einen Abend Duschig Ich weiß gar nicht was an Ihnen Duschig erfahren ist Entweder hat er wirklich exzellente Geschäfte gemacht in der letzten Zeit Oder das sind die ersten Anzeichen des Rheumio-Syndroms Kennen Sie schon, oder? Ja, ja. Unmotivierte Gutmütigkeit, Anfälle von menschlicher Warme, potenzielle Kontaktbereitschaft. Sie fangen an, mir zu gefangen. Also hier, Sie einen Schluck. Einen Schluck. Erzählen Sie mal, was Sie hier in unserer sogenannten Klimastation vorhaben. Wenn ich Sie so abschätze, dann haben Sie Klimatologie nicht nur gewählt, weil der Befähigungscomputer es Ihnen geraten hat. Wissen Sie, ich habe irgendwann begriffen, dass mit dem Klima etwas nicht stimmt. Das haben Sie inzwischen selbst die Dichverlissen. Ich meine, ich habe begriffen, dass wir seit einem oder seit zwei Jahrhunderten in einer neuen Eiszeit leben. Ja, wer das begriffen hat, der hat einen ersten Schritt getan. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben Sie den Begriff Schneeblitz erfunden. Ja, ich weiß. Sie einen Schluck. Und ich einen Schluck. Okay. Da dachte man, das sei so eine einmalige, örtlich begrenzte Angelegenheit. Ja, ich weiß. Bis dann auf einmal die Winter immer länger wurden. Bis der Schnee in Tälern und schattigen Ecken liegen blieb. Bis auf einmal die Tiere sich nach Süden aufmachten und andere nachrückten. Bis die bekannten Pflanzen verschwanden und aus dem Norden fremde Pflanzen einwanderten. Bis sich ganz Norddeutschland langsam in eine Tundra verwandelte. Ich weiß, ich weiß. Und dann kam der Gletscher, der Eisblitz. Ja. Sie einen Schluck. Danke. Und ich einen Schluck. Ich habe schnell begriffen, dass die Klimatologie eine Wissenschaft auf tünnenden Füßen ist. Wir wissen gar nichts über das Wetter. Sagen Sie das nie laut. Wenn Sie mit dem Wetter Ihr Geld verdienen wollen. Auch das habe ich mittlerweile begriffen. Das ist ja alles gut. Und ich glaube, ich fange auch an zu begreifen, dass man vom Wetter allein nicht leben kann. Ausgezeichnet. Ja. Viel mehr brauchen Sie auch nicht zu wissen. Ich arbeite zur Zeit hauptsächlich über den Einfluss des Gletschers auf das Kleinklima hier. Da können Sie mir einiges helfen. Das ist hauptsächlich Routinearbeit. Und dann sitze ich natürlich, wenn ich Zeit habe, an meiner Theorie. Aber das kann ich Ihnen später erklären. Feierabend. Es wird dicht gemacht. Ja, die Theorie, das interessiert mich natürlich besonders. Ich habe Ihre Kritik durchgeackert. Wir müssen gehen. Oh mein Gott, jetzt haben wir die ganze Zeit vergliedet. Ich war hierher gekommen, um mir eine Unterkunft zu besorgen. Hier werden doch auch Häuser gehandelt, oder? Ja, ja, aber dazu ist es jetzt zu spät. So, Sie einen Schluck? Ja. Und ich den letzten Schluck. Bitte. Ja, dann muss ich zurück in diesen Laden am Eingang der Siedlung. Um die Zeit sind Sie auf der Straße Ihres Lebens nicht sicher. Oder Sie verlaufen sich und dann sind Sie schneller froh. Aber ich war extra deswegen hier in die Börse gekommen. Ich kann Ihnen einen Vorschlag machen. Das ist zwar unüblich, aber ich kann Ihnen Platz bei mir anbieten. Ich hoffe, dass es nicht ein Anzeichen für das Rehomir-Syndrom ist. Das ist sehr anständig von Ihnen. Pur Eurismus. Ich will ja schließlich meine neue Mitarbeiterin nicht gleich in der ersten Nacht bei einem Schneesturm verlieren. Ja, mein Gott, diese Kälte. Wir haben es nicht weit. Ich fürchte nur, bei mir ist es auch nicht viel wärmer. Halten Sie sich an mir fest. Ja, so. Oh, dieser Whisky und die Kälte. Das ist eine teuflische Mischung. Teuflisch oder himmlisch, wie man es nimmt. Mein Gott, Sie schnarchen, ja. Was? Was ist los? Ich habe gesagt, Sie schnarchen. Guten Morgen übrigens. Guten Morgen. Da wachen wir zusammen auf. Ja. Das ist seltsam. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie wir ins Bett gekommen sind. Ich weiß. Höchst korrekt und gesittet. Dann ist es ja gut. Ich glaube, ich friere zum ersten Mal nicht, seit ich hier in der Siedlung bin. Schön warm, nicht? Mhm. Wir bleiben noch ein bisschen liegen, ja? Mhm. Die Wissenschaft kann warten. Die Wissenschaft auf tönenden Füßen? Ja, die... Wissen Sie, ich habe eine Theorie über die Entstehung der Eiszeit. Aber die ist so fantastisch, dass ich Angst habe, sie zu veröffentlichen. Aber morgens im Bett vor dem Frühstück noch? Da kann man Sie einer Schülerin erzählen, oder? Ein amerikanischer Kollege, der schon lange tot ist, ein Professor aus dem 20. Jahrhundert, Edward Lorenz vom MIT, das war damals die Technische Hochschule in Massachusetts. Also, dieser Lorenz hat sich gefragt, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Peru einen Tornado in Iowa in den Vereinigten Staaten verursachen? Mhm. Darüber habe ich dann nachgedacht und heute würde ich sagen, ja, jeder Tornado ist irgendwann einmal vom Flügelschlag eines Schmetterlings ausgelöst worden. Eine winzige Ursache mit winziger Wirkung, aber ein kleines bisschen größer als die Ursache. Dann haben wir eine neue Ursache, eine neue Wirkung und die ist wieder um Haaresbreite größer. Die Natur ist geduldig und am Ende haben wir den Tornado. Soll ich aufstehen und jetzt Tee wasser machen? Nein, bleiben Sie noch ein bisschen so liegen. Ich bin mit meiner Vorlesung noch nicht ganz fertig. Das Argument dieses amerikanischen Professors war viel zu grubschlechtig. Ich weiß inzwischen, dass die Ursachen für unser Klima noch viel feiner sein können als der Flügelschlag eines Schmetterlings. Elektrische Ströme im menschlichen Hirn üben einen Einfluss auf die Umgebung aus. Einen winzigen Einfluss. Tausendmal geringer als der Flügelschlag eines Schmetterlings. Ja? Ja, und jetzt verändern Sie nur noch das Vokabular. Das verstehe ich nicht. Sprechen Sie nicht von Hirnströmen oder von Physiologie, sondern sprechen Sie von Gedanken und Gefühlen. Sagen Sie nicht Elektrizität, sondern sagen Sie zum Beispiel menschliche Wärme. Wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings in Peru einen Tornado in Iowa auslösen könnte, warum sollte nicht milliardenfach erstorbene menschliche Wärme eine Eiszeit auslösen können? Hm. Wenn die Menschen mehr geliebt hätten? Wenn sie die Natur mehr geliebt hätten und ihre Nächsten, Sie meinen dann... Vielleicht. Wer weiß, vielleicht wäre das Eis dann nicht über halb Europa gekommen. Mein Gott. Da müssten wir uns nur alle richtig lieben. Und das Eis würde wieder schmelzen. Vielleicht. Versuchen wir es. Karl! Karl! Ja? Das ist ja hier wirklich eine Goldgrube. Ja, ja, da können wir noch einiges rausholen. Aber ich glaube, wir sollten den Gang da irgendwie verstreben. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber mir wäre auch wohler, wenn ich noch ein paar Balken über dem Kopf hätte und nicht diesen gefrorenen Müll. Was meinen Sie, du, Jack? Ja, vielleicht hat der Fall in der Recht, aber auf ein paar Tage kommt es auch nicht mehr an. Alles Metall. Die Scheine nur zum Wegwerfen produziert zu haben. Wir leben davon. Mann, wenn uns niemand in die Quere kommt und wir können noch ein paar Monate hier weiterarbeiten, dann haben wir so viel beieinander, dass wir... Du, Jack! Du, Jack! Er stand genau drunter. Galt! Hol mich hier raus! Wir müssen versuchen, ihn rauszuholen. Nein, da ist nichts mehr zu versuchen. Die Spitzhacken liegen unterm Schutt. Das sind viele Tonnen und gefrorenen Dreck kommen Sie mit den bloßen Händen nicht bei. Vielleicht suchen Sie uns. Wer denn? Kommen Sie ein bisschen näher, dass wir uns wärmen. Das wird sehr schnell gehen. Entweder der Luftmangel oder die Kälte. Hilfe! Hilfe! Es ist sinnlos. Komisch, nicht? Vielleicht ist das Eis über uns geschmolzen. Weil wir uns geliebt haben. Dann wäre unser Tod ein Beweis dafür, dass meine Theorie richtig ist. Nein, ein Beweis ist es nicht. Sie hatten Recht, mir zu misstrauen. Ich bin keine wissenschaftliche Hilfskraft. Ich komme vom Sekretariat für Mensch und Kontakt. Was sagen Sie doch etwas. Ich sollte Ihnen ein bisschen menschliche Wärme bringen. Das macht man so bei den begabtesten Wissenschaftlern. Damit die Arbeitsleistung erhalten bleibt. Sagen Sie doch etwas. Die Eisgrenze ist wieder ein Stück nach Süden gerückt. Die Kälte. Ja. Die Kälte. Es verläuft die Eisgrenze genau zwischen uns beiden. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks in Heidelberg betreut wird, hörten Sie An der Eisgrenze von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Althus, Marie-Luise Etzel, Berach, Heinz Schacht, Carla Cavaliero, Heidemarie Rohweder, Duschek, Hans-Peter Hallwachs, Feininger, Gerd Hauke, Gall, Walter Renneisen, Wirt, Friedrich Dauscher. Ton und Schnitt, Jochen Prantow und Brigitte Laugwitz. Regie, Andreas Weber-Schäfer. Regie, Andreas Weber-Schäfer.